So, da ist gerade die Aufnahme ausgegangen, hat es mir gerade aufgefallen, so. Und ich habe auch gar nichts weiteres gemacht. So, zack, zack, Gold kommt aber weg. Aber Ketten behalte ich, weil Ketten ist nützlich. Ja, hab ich doch schon gedacht, da wird das erst sterben, weil der keinen Brustpanzer hatte. Yeah. So, wir kommen, wir sind im Finale, Leute, geil. Keine Ahnung, wo der Typ gerade hergekommen ist, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich bin jetzt nicht tot. So, und das. Und hat der vielleicht noch eine andere Mushroom Stew dabei, das hier kann ich essen noch. Und dann bin ich eigentlich schon voll... Moment. Oh. Komisch. Ah, hat wahrscheinlich Fully Diamond, wie letztes Mal. Das Mal war das vielleicht auch der Typ, der jetzt Fully Diamond hat. So, den ich mal getroffen habe. So, zack, 19 Feile, das wird sehr gut sein. Ich muss mir mal angewöhnen, dann auch... Dings hier benutzen, Feile. Sorry, aber ihr seht wahrscheinlich, es ist nicht so viel. Aber ich muss da wirklich mal kurz was machen, nicht, dass ich hier abkacke. Da oben weiß wahrscheinlich keiner sein. Ähm, ich muss da wirklich mal schnell was machen hier mit den Äpfeln. Das ist jetzt wieder Buggy. Weg, weg. Weg, äh, weg, weg. Warum nimmt der Leiter mit? Wie doof ist denn der? So. Zack, und... Besseres habe ich nicht. Okay, dann mache ich hier noch ein Eisenschwert hin. So, sehr schön. Ich gehe jetzt mal wieder hoch auf den Berg. Weil der Typ mich dann wirklich mal her sieht, dann sind wir nicht mehr so ungelichert. Mich ist er jetzt hier nicht. Da oben ist ein Ton. So, wenn ich aushalten, jetzt ausschaue. Legolas bin ich. Ich kenne die Legolas. So, der hatte 19... Ist da was? Nein! Geht das überhaupt mit der Pfeil? Ja, geht, okay. Aber die lägen nachher. Oder nochmal? Jetzt geht's okay. Ebenso haben wir nämlich nachher gelegt. Kann ich die aufnehmen? Scheiße. Okay, wir müssen noch ein paar... Der war hier schon scheiße. Ist ja so nichts mehr drin, ne? Verdammt. Oh, nein. Sorry, dass ich ihm scheiße gesagt habe. Ich musste aber mal... Ausrasten. So. Ich weiß auch, ob der Ausraster ist. Das war andere Leute. So. Hier ist... Hier sieht es aus wie ein Mampf... M... M... Mampfplatz. Hier ist ja Mampf und... Amnamnamnamnam. Ne? So, ist hier irgendwo noch eine... Irgendwo noch eine Chest? This way. Moment. Hä? I don't know what you mean. Look that way. Ah. Ah. Steht hier? This way. Up here. It's my secret. Hideout. Ich verstehe. Und da soll man im Spendennetz hängenbleiben. Aber... Das passiert mir nicht so schnell. Was haben wir jetzt? Was ist secret? Sein secret, ja. Und hier hat er halt Holz her, hm? Dann ist hier irgendwo die Chest. Nee, doch nicht. So. Aber ich verstehe nicht, was soll hier ein Secret dran sein? Ein Baum. Wow. Ach, da ist ein Chest? Ach, verstehe. Der Typ war schon hier toll. Der hat wahrscheinlich alles ausgeplündert. Ach, hat das versteckt schon an der Kante? Clean Cheater, so. Vielleicht gibt's hier auch TNT in der Map hier. Das wäre ja ganz geil. Achso, ja, schon gibt's hier auch. Man braucht ja Flint für ein Feuerzeug, um das anzuzenten. Und dann muss man erstmal Eisen holen. Achtung. Verdammt. Alter, warum hab ich zwei Herzen weniger? WTF? Achso, ja, stimmt. Ich weiß warum. So. Und jetzt noch eine Wassermelon. Was? Und jetzt noch eine Wassermelon. Oh, ich hab wahrscheinlich wieder nichts gesehen, aber nicht drauf geachtet. Ja, wir sind echt wirklich far away, weil da etwas Castle ist und jetzt muss ich noch eine Menge laufen. Das stimmt nicht so ganz, der wirkliche, das stimmt nicht so ganz, da vorne ist also der Wald. Und jetzt sind es 20 ungefähr bis zum Wald, meint ich natürlich nur, ne, Leute. Nicht damit, ihr denkt jetzt hier, was sagt denn davon Scheiß so. Ich geh zur Sicherheit hier oben rum. Ich geh zur Sicherheit hier oben rum. Und das ist doch ein kleiner Cheater, weil... Ich hab gesagt, ich geh zur Sicherheit hier oben rum. Oh, ich habe mich zur Sicherheit. Oh, ich habe wirklich nicht mit sohelle. Hä? Sollen wir den killen? Wollen wir den killen? Das wird doch zwei Folgen lang. Hm. Achtung, ich muss noch was zum Block hier nehmen. Okay. 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 Okay.